Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Ratschläge unter Freunden, der erste Mentaltainment-Podcast ist da. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Mentaltainment, hä, hab ich noch nie gehört? Wir machen mentale Gesundheit gepaart mit Entertainment. Ich mach's aber nicht allein, ich mach's mit meinem besten Freund Alex. Auch wenn das gerade komisch klingt. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, oh Gott, der nächste Podcast nur mit zwei Männern. Nein, 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 wir machen's anders. Ihr entscheidet nämlich, was in unserem Podcast passiert. Ihr schickt uns eure Fragen und wir geben euch Ratschläge, als wären wir seit vielen Jahren beste Freunde. Aber guckt einfach mal rein. Ghosten ist Schmutz. Du machst die Tür nicht zu, du lässt sie halt offen. Das ist auch so menschlich feige. Ja. Alleinerziehender Vater, alle Frauen machen einen Rückzieher. Was soll ich machen? Dich mit mir treffen, dann trinken wir ein Bier und heulen zusammen. Genau in derselben Situation. Wir nehmen eure Fragen natürlich absolut ernst, wir wollen aber auch Spaß haben. Wie weit darf man beim ersten Date gehen? Ich sage, Sex ist Pflicht. Du bist so hart. Und ich werde Geheimnisse aus meinem Leben verraten, die ich noch nie erzählt habe. Ratschläge unter Freunden, der Mentaltainment Podcast, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier auf YouTube. Ratschläge unter Freunden.